Hallo zusammen, das ist mein letzter Messestand, die CMT. Die ersten acht Tage sind um, jetzt kommt noch der letzte. Dann habe ich dieses Jahr keine einzige Messe mehr in Planung. Ihr könnt mich bei mir zu Hause besuchen, wenn ihr mich besuchen wollt. Was ich hier ausgestellt habe, sind die Kühlboxen, dann Kühlschränke, eine kleine Solarpanel. Aber darüber habe ich sicher schon irgendwie ein Video gedreht. Heute Abend geht es zum Einpacken, den ganzen Messestand abbauen, die ganzen nacharbeiten. Und somit wünsche ich euch vom letzten Tag der Messe CMT in Stuttgart einen schönen Gruß. Und das nächste Video wird sicher folgen.